Der Feinripp Adventskalender. Doofe Witze, doof erzählt. Oha. Was ist denn los? Was ist denn los? Das ist ein heißer Witz. Das war ein heißer Witz. Ich habe schon so viel Schorle getrunken, verstehe ich? Glühwein. Letztens kam mein Sohn zu mir und hat gemeint, Papa, was ist denn eigentlich ein Alkoholiker? Da habe ich zu ihm gesagt, siehst du da vorne die vier Bäume? Ein Alkoholiker hat den Achterseher. Und dann sagt mein Sohn, Papa, das sind aber bloß zwei. Das war jetzt aus dem Kapitel einfacher Mathematik. Das war aus dem Leben gegriffen. Ja, das war nämlich gar gewitzt. Ja, das war jetzt aus dem Leben gegriffen. Das war jetzt noch gar nicht.